In diesem Video, sprechen wir über das Hormon Melatonin, seine Aufgaben und Wirkung auf deinen Körper. Gut Nachrichten! Dein Körper stellt Melatonin selbst her. Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen den sogenannten Zirke die einen Rhythmus steuert. Es wird aber auch an anderen Stellen im Körper gebildet, zum Beispiel deinem Verdauungssystem. Es wird in deiner Zirbeldrüse, also Epiphyse, aus dem Nervenbotenstoff Serotonin gebildet und in geringen Teilen auch in der Netzhaut deines Auges und Darms. Scheint dir Sonne in die Augen und trifft also auf deine Netzhaut, wird die Ausschüttung gehemmt, im Umkehrschluss wird sie bei Dunkelheit angeregt. Das Hormon hat die interessante Fähigkeit, sich an deinen Blutgefäßen im Gehirn und einigen Zellen deines Immunsystems andocken zu können. Das gibt deinem Organismus das Signal, zur Ruhe zu kommen. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch reduziert und der Blutdruck und die Körpertemperatur gesenkt. Als positiver Nebeneffekt, wird dein Immunsystem angeregt. Melatonin beeinflusst die Ausschüttung von Sexualhormonen, sowie das Lernvermögen und dein Gedächtnis. Es steuert zudem deine Nierenfunktion. Doch was ist, wenn das Melatonin-Gleichgewicht außer Balance gerät? Viele externe Faktoren, wie zum Beispiel eine Zeitverschiebung bei Fernreisen, bekannt als Jetlag, aber auch Schichtarbeit, wo der Körper sich erneut anpassen muss, beeinflussen das Gleichgewicht enorm. Mit einer zusätzlichen Einnahme von künstlichen Melatonin-Präparaten sollen diese Störungen angeblich behoben werden. Leider gehen diese Mittel, auch mit Nebenwirkungen wie Magenkrämpfen, niedriger Libido, Schwindel und Reizbarkeit einher. Zudem ist die Wirkung dessen noch umstritten. Das Hormon soll dafür sorgen, dass man bei Jetlag-bedingten Schlafstörungen am Abend schneller einschlafen kann. Was ist die Verbindung zwischen Melatonin und einer Depression? Veränderungen im Melatonin-Haushalt treten besonders häufig in der kalten Jahreszeit auf. Der Spiegel des Hormons bleibt tagsüber aufgrund des fehlenden Tageslichts erhöht. Dies kann zu Schlafstörungen, Müdigkeit und den bekannten Winterdepressionen führen. Wie sieht deine Routine für einen gesunden, erholsamen Schlaf aus? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen.